Herzlich Willkommen bei Father & Son Play for Fun. Bei diesem kalten, ungemütlichen Wetter, da habe ich einen schönen Programmtipp für euch. Heute, 19 Uhr, eine neue Folge mit Lara. Ich wünsche euch viel Spaß und gute Unterhaltung. Vielen Dank für euren Besuch und bis zum nächsten Mal bei Father & Son Play for Fun.